Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe meine Tasche verloren. Wann haben Sie sie verloren? Wann haben Sie sie verloren? Seit zwei Stunden. Und wo haben Sie sie verloren? Und wo haben Sie sie verloren? Ich glaube, dass ich sie in dem Zug verloren habe. Ich glaube, dass ich sie in dem Zug verloren habe. Welche Farbe ist sie? Welche Farbe ist sie? Welche Farbe ist sie? Sie ist blau. Sie ist blau. Sie ist blau. Sie ist blau. Ist Geld drinne? Ist Geld drinne? Ist Geld drinne? Ja, es waren 300 Euro. Ja, es waren 300 Euro. Kreditkarte und den Pass in sie drinnen. Kreditkarte und den Pass in sie drinnen. Ok. Kühlen Sie diesen Bogen aus. Ok. 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 In welchem Hotel wohnen Sie? In welchem Hotel wohnen Sie? In welchem Hotel wohnen Sie? In Hotel Drei Königen. In Hotel Drei Königen. In Hotel Drei Königen. Ok. Wir werden sie anrufen, sobald wir sie finden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.